Moin und willkommen bei Westmünsterland BBQ. Wir machen heute eine richtig geile Sache, vor allen Dingen auch wenn ihr Besuch bekommt oder einen Kindergeburtstag, könnt ihr mit den Kindern zusammen machen. Es schmeckt super und es ist mega einfach. Wir machen eine Schüttelpizza. Freut euch drauf. Die ganzen Zutaten habe ich natürlich für euch wie immer in der Videobeschreibung. Einfach aufklappen, da seht ihr alles was ihr braucht. Ansonsten auf meiner Homepage wm-bbq.de und ja wir fangen einfach mal an. Mega einfach wie gesagt. Alles mögliche an Zutaten haben wir hier schon liegen und wir fangen jetzt erstmal an. Schnippeln ein bisschen was klein. Eine Paprika, eine halbe Zwiebel. Hier haben wir Pilze und Tomaten und das machen wir jetzt erstmal schön klein. Musik 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 So haben wir jetzt erstmal schön alles klein geschnitten. Wie gesagt, Zwiebeln, Paprika, Pilze, zwei Tomatchen haben wir genommen und circa 200 Gramm Salami. Jetzt brauchen wir dafür eine Schüssel. Am besten eine, die groß genug ist und am besten eine mit einem dichten Deckel. Das ist natürlich nur vom Vorteil, wenn wir nachher alles schütteln. So, die Wespe, die lassen wir mal. Hallo, verpisst euch. So, jetzt alle Zutaten, die wir bis jetzt schon mal klein geschnitten haben, einfach in die Schüssel rein. Und als nächstes haben wir jetzt hier zwei bis drei Eier. Die müssen wir einfach da reinschlagen oder in meinem Falle erstmal die Hagelschnur entfernen. Ja, ich finde es nun mal ekelhaft. Wie gesagt, eigentlich reichen zwei Eier, aber die sind doch etwas kleiner. Deswegen habe ich noch ein drittes dazu genommen. So, dann geben wir die Eier auch mit in die Schüssel. Achten darauf, dass wir die Wespe nicht mit dem Ei ertränken. Dann haben wir hier noch 200 Gramm Mehl geben wir mit dazu. Hier sind 200 Milliliter Milch auch einfach mit dazu. Dann geben wir noch einen ordentlichen Spritztomatenmark mit dazu. So, das waren jetzt wirklich mal so zwei bis drei Esslöffel. Etwas würzen müssen wir es noch mit Salz und Pfeffer. Einfach so ein, zwei Prisen mit da rein. Und hier haben wir jetzt noch ein bisschen Oregano. Könnt ihr auch Pizza-Gewürz nehmen. Für mich reicht meistens einfach nur Oregano. Für mich gehört der Oregano nur dazu. Ja, also ich würde mal sagen, einen Esslöffel. So, jetzt kommt der spaßige Teil. Nicht der Deckel, sondern danach. Gut verschließen. So, und jetzt schütteln wir einfach. Und zwar eine ganze Weile. Jetzt kommt der Teil, wo ihr die Kinder das machen lassen könnt. Müde geworden. Ich habe den Käse vergessen. Der Käse muss noch mit rein. Oh, das sieht schon geil aus. Und schütteln bringt tatsächlich was. Aber wie gesagt, wir geben noch etwas Käse mit rein. Ach, ganze Packung und fertig. Jetzt müssen wir nur das hier wieder dicht drauf kriegen. Eine Pizza ohne Käse. Das geht nicht. Aber es hat sich jetzt echt schon gut verteilt. Also. Und weiter geht's. So, und dann gucken wir mal drunter. Oder rein. Was am Deckel ist, sieht nicht so schön aus, aber das wird schon. So soll's aussehen. Zack. Jetzt holen wir uns noch einen Löffel. So, mit dem Löffel geben wir das jetzt auf den Grill. Also normalerweise könnte man damit ein ganzes Backblech voll machen. Aber wir machen kleine Portionen. Und zwar auf der Planscha im Grill. Ihr könnt es natürlich auch im Backofen machen. 200 Grad, 20 Minuten. So, Grill ist cooler. Darum ab zum Grill. Da haben wir jetzt vorgeheizt. Jetzt geben wir etwas Öl drauf. Da muss man eben riechen, Öl. Ja, hier war mal Rum drin. Von daher, wenn ich jetzt das Falsche da drauf schütte, wird's übel. Einfach hier vorne so ein bisschen, hat ein bisschen Neigung nach hinten. Ja, es fließt schon schön runter. Ihr könnt es auch auf Backpapier machen. Letzten Endes völlig egal. So. Jetzt gehen wir hier so. Kleckse drauf. Die werden wir auch ein bisschen platt drücken. Ein bisschen verteilen das Ganze. Ich habe jetzt hier so eine Art Umluft. Sprich, die beiden Brenner außen sind an. Die direkt unter der Planscha nicht. Wir machen jetzt den Deckel zu. Dann birgt die Hitze jetzt von überall. Und ja, wir gucken jetzt erstmal ein bisschen. Oder warten jetzt erstmal ein bisschen. Nach fünf Minuten drehen wir das Ganze jetzt mal um. Von unten sind die schon echt ganz gut. Man kann also auch schön drunter fassen. Und jetzt mit einem beherzten Schwupps drehen wir das Ganze um. Boah, es duftet schon total geil. Und dann warten wir nochmal ein paar Minuten. Insgesamt sind die Talle jetzt zwölf Minuten drauf. Und sie müssten fertig sein. Ich drehe mal eins um. So haben wir schön Röstaromen von beiden Seiten. Ja, herrlich. Also das sieht schon richtig, richtig gut aus. Wir nehmen sie mal runter. Ja, da haben wir jetzt vier Stückchen liegen. Und es duftet wahnsinnig gut. Richtig, richtig geil nach Pizza und nach Röstaromen. Und wir probieren einfach mal. Also es bleibt alles schön fest zusammen. So wie es auch sein soll. Und dann, äh, Wespe im Nacken. Schlag zu. Oder geht mit Mösser besser. Hau ab. Sie hat auch Hunger. So, jetzt probieren. Hals. Mh. Boah. Mh. Heiß und lecker. Ich werde für dich mal sprechen. Ja, lecker sehr. Und die ganzen Röstaromen. So. Ah, heiliger ist das heiß. Lecker ist es. Es ist richtig, richtig lecker. Es schmeckt wie eine Pizza. Erstaunlicherweise. Aber, wie gesagt, wir haben von beiden Seiten ein bisschen Röstaromen. Das macht das Ganze, hast du ja schon gesagt, Entschuldigung. Macht das Ganze ziemlich lecker. Und, ah, Mann, heute ist aber schlimm. Ja, also wie gesagt, damit könnt ihr echt ganz schnell ganz viele Leute glücklich machen. Egal, ob was auf dem Blech macht oder auf dem Grill. In kleineren Portionen. Mega lecker. Freuen sich die Kinder gleich. Und, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen freundlichen Kommentar. Gebt mir einen Daumen hoch. Und abonniert meinen Kanal. Nicht vergessen, bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao. Bis zum nächsten Mal.